In dieser Folge der LinkedIn-Lounge reden wir mit Dr. Rüdiger Teiselmann. Er ist Anwalt für Wirtschaftsrecht und Interimmanager sowie mehrfacher Buchautor. Und wir reden außerdem mit Clemens van Leij, der ein bekannter Musik-DJ und Produzent ist. Und das Lustige ist, dass hinter beiden Namen eine Person steckt und mit dieser Person sprechen wir jetzt mal darüber, wie er das eigentlich schafft, beide Welten miteinander zu kombinieren und wie daraus auch noch ein sehr, sehr cooler LinkedIn-Auftritt geschieht. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Gute und herzlich willkommen zu LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und an meiner Seite die andere Co-Founderin von Schaffensgeist, Marina Zeihatz. Gute, Marina. Hallo, Thomas. Wir haben, wie uns aufmerksame Hörer zurecht gesagt haben, unser Versprechen noch nicht eingehalten, Marina. Wir sind böse. Was haben wir denn nicht eingehalten? Wir hatten noch diesen Cliffhanger, nämlich es gab ja noch einen kleinen Hack sozusagen, um das eigene Personal Branding zu überprüfen. Und das wollen wir jetzt gerne eingangs noch auflösen. Denn wir kennen ja alle den Begriff, dass man sich selber mal googeln sollte, um zu gucken, auf welchen Seiten man denn wie vertreten ist, auch welche Bilder über einem veröffentlicht worden sind. Ja, aber googeln ist ja total 2020. Heute wird ja gekaiet. Ich brauche noch ein besseres Wort dafür. Ich habe jetzt gelernt für ChatGPT, der große Name ist Chappie. Chappie? Chappie fand ich süß. Oh. Ja. Das ist wie dein Chapp, also wie so ein Kumpel. Genau. Ja, aber wir werden nicht ChatGPT nutzen. Aber was du nutzen solltest, geh mal auf perplexity.ai. Perplexity.ai. Das ist eine Art Suchmaschine, eine KI-gesteuerte Suchmaschine, die eigentlich weniger sucht, aber mehr Antworten liefert. Und zippe dort mal deinen Namen ein. Und dann kannst du in sehr komprimierter Form sehen, was das Internet sozusagen über dich weiß, was die Maschine über dich weiß. Aber eben in einer sehr komprimierten Form. Das heißt, es ist besser aufbereitet, als es derzeit zumindest bei Google ist. Natürlich kannst du auch andere Suchmaschinen dafür nehmen, aber bei Perplexity siehst du noch die Quellen und du weißt, woher die Informationen stammen. Also gerne mal ausprobieren und geh dich mal perplexen. Wunderbar. Ja, außer dein Name. Rudi, das war der kleine Spoiler. Heute geht es aber nicht um KI. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir sind heute in Kronberg. Wir sind aber nicht in unserem traditionellen Kronberger Studio. Wir sind heute etwas weiter südlich Richtung Frankfurt im Kronberger Palais. Und als du gesagt hast, Marina, wir sind heute im Kronberger Palais, war ich ganz aufgeregt. Ach, Kronberg. Toll. Schlösschen. Luxuriöse. Große Teppiche. Wandteppiche. Sekt. Tolle Aussicht. Und es ist nicht, nicht ganz. Es gibt Teppiche, aber es ist mehr ein Bürokomplex. Ich sage Kronberger Palais und trotzdem erscheinest du im Hawaii-Hemd. Kann man so machen. Ja, hallo, Personal Blending und so. Wunderbar. Ja, also Kronberger Palais ist ein Bürokomplex vor den Toren von Kronberg Richtung Eschborn. Und wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir zwei Gäste haben. Das Praktische ist, wir haben zwei Gäste, die sich ein Mikrofon teilen können, denn sie sind dieselbe Person. Und zwar reden wir heute mit Clemens von Lai, a.k.a. Dr. Rüdiger Theislimann. Guter Rüdiger. Ja, guter. Grüßt euch. Schön, dass du da seid. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Und wir werden das gleich mal auflösen, warum du eigentlich hier zu zweit oder als zwei Personas vor uns sitzt. Aber jetzt würde ich erstmal kurz sagen, ihr beiden, ihr kennt euch ja schon. Woher kennt ihr euch? Ja, wir kennen uns von den Rotariern in Kronberg. Und ich habe dich ja kennengelernt und dachte erstmal, okay, cooler Typ. Typ und aber in Anführungszeichen Anwalt. Das heißt, als ich dann erfahren habe, dass du neben dem Thema Wirtschaftsrecht auch noch als DJ tätig bist, stieg mein Interesse. Weil es gibt nicht so viele Anwälte, die auch gleichzeitig noch eben DJ sind. Und gleichzeitig auch eben nicht nur DJ, sondern du produzierst ja auch selber. Und das fand ich wiederum sehr, sehr spannend. Das sind ja genau diese Aspekte, die wir auch im Personal Branding immer so gerne hervorheben. Also, dass wir so ein bisschen tiefer graben und schauen, okay, was macht denn eine Person denn wirklich aus? Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns ja auch heute hier einmal unterhalten können zu deinen vielfältigen Interessen. Und stell dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz vor, warum findet man dich auf der einen Seite im Boardroom, aber eben auch am DJ-Pult? Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist Rüdiger Theisemann, auf der anderen Seite auch Clemens Zonley. Ich bin Rechtsanwalt in der eigenen Kanzlei hier in Kronberg, berate vor allen Dingen Geschäftsführer und Vorstände bei dem, was sie tun müssen oder manchmal auch nicht mehr dürfen. Bin für manche Unternehmen dann auch ausgelagerter Justiziar und kümmere mich dann um rechtliche Angelegenheiten des Tagesgeschäfts, aber auch um Unternehmenskäufe, Unternehmenskrisen. Das ist so das, was mich beruflich, hauptberuflich beschäftigt hält. Bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Töchter, wohne hier in Gönigstein, nicht weit entfernt und bin seit 2019 Rotarier. Darüber kennen wir uns, Marina und ich. Ich habe aber neben der anwaltlichen Tätigkeit und auch dem Interim-Management, was ich übrigens auch noch mache, bin alter Banker und kümmere mich daher gerne auch um Finanzthemen für Mandanten. Aber ich habe neben diesen ganzen Dingen, die rechtlich und finanziell von Bedeutung sind, noch ein anderes Fable und das ist die Musikproduktion und das Auflegen. Jetzt kann man ja fragen, woher kommt das eigentlich? Dafür muss man einige Jahrzehnte zurückgehen, also muss genau zu nehmen, ungefähr 30 Jahre. Viele Hörer werden sich daran erinnern, dass so Mitte der 90er in Deutschland die Techno-Szene aufkam. Und ich war damals mittendrin, erst auf Rave-Partys, zum Beispiel im Tresor oder im E-Werk in Berlin und dann 1995 auch zum ersten Mal bei der Love Parade. Warst du eigentlich hier in der Frankfurter Szene? Nee. Also nicht? Nee, nee, ich komme ja aus Münsterland ursprünglich. Aber auch da gab es relativ viel in der Richtung. Und ich habe dann dort vor Ort dann auch vor dem Abitur schon Partys veranstaltet, aufgelegt, damals noch mit Vinylplatten. Die haben wir übrigens hier unten, hier auf der linken Seite, habe ich noch meinen alten Plattenkoffer. Ah, wir haben ja so einen kleinen weißen Koffer, der, ich dachte erst medizinisches Material beinhaltet, aber da sind noch Platten drin. Da sind Platten drin. Echte Vinylplatten. Es gab damals natürlich auch CDs, mit denen man aufgelegt hat. Wäre heute bei vielen DJs unvorstellbar. Die arbeiten dann tatsächlich mit dem Mixer. Und dann hast du so einen Sync-Button, kannst dann die Tracks aufeinander abstimmen und legst die Beats sozusagen, die Kicks übereinander. Das ist heute technisch deutlich einfacher. Damals hat man tatsächlich nach Gehör gearbeitet. Also hat man dann den Track eingestellt mit dem Technics-Plattenteller auf meinetwegen 128, 130 BPM. Und dann hat man die beiden Spuren übereinander gelegt und musste das eben sehr genau hinhören. Das ist heute deutlich leichter möglich. Jetzt musst du für alle, für Menschen wie mich, kurz, das war nicht unser Thema, aber kurz noch mal erklären, ein paar Dinge aufklären. Also was ist ein Mixer, was ist BPM, was beschreibst du, was du gerade beschrieben hast? Sehr gerne. Also ich komme nachher auch noch mal dazu, aber bei einem Mixer ist es so, man hat ja letztendlich, wenn man in einer Disco ist oder auf einem Festival ist, den Anspruch, dass praktisch so eine Art Soundteppich geschaffen wird, dass die Tracks ineinander übergehen. Und dafür braucht man Technik, dafür braucht man letztendlich ein Gerät, das es ermöglicht, verschiedene Lieder übereinander zu legen, sodass derjenige, der im Publikum steht, gar nicht merkt, dass die Lieder ineinander übergehen. Und dafür braucht es diese Technik und BPM, Beats per Minute, bezeichnet die Geschwindigkeit eines Lieds, eines Tracks und typischerweise bei Electronic Dance Music sind wir bei 128 mindestens, teilweise auch bei 134, 138 BPM, Beats per Minute. Und diesen Kick, das heißt diese Beats, die dort laufen, sauber übereinander zu legen, das ist früher wirklich ein Handwerk gewesen, eine Kunst, weil das hat man tatsächlich nach Gehör gemacht. Heute geht das tatsächlich dann mit digitalen Hilfsmitteln viel einfacher. Trotzdem ist es immer noch ein Handwerk, weil nicht das Übereinanderlegen von Beats allein reicht, sondern man muss natürlich auch gucken, dass die Arps und die Pads, das sind verschiedene, kommen wir nachher nochmal zu, verschiedene Bestandteile eines Musikstücks, dass die auch aufeinander abgestimmt sind. Hattest du eine Ausbildung in der Musik gemacht, oder bist du da Just for the Loals reingekommen? Also das waren ja gerade dabei, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe ja damals aufgelegt, noch mit Minylplatten, mit CDs und habe mir das angeeignet und praktisch war ja damals noch auf dem Gymnasium immer nach der Schule aufgelegt zu Hause. Das dann immer weiter perfektioniert und hatte dann auch meinen eigenen kleinen Club. Das war echt ein bisschen lustig, das waren so ungefähr zwei Jahre zwischen dem Abitur und dem Studium und das war in Münsterland, das war ungefähr 30 Quadratmeter groß, also eher klein, selbst gebaut mit einigen Kumpels aus Holz und dann natürlich alles ohne irgendeine Genehmigung. Dann wurde das schnell in den richtigen Kreisen bekannt und da waren dann praktisch an jedem Wochenende, waren dann bei uns Gäste und dann haben wir dann unsere Rave-Partys veranstaltet. Und dann kam eins zum anderen, dann war ich 1999 auf dem Wagen bei der Love Raid und auch im Jahr 2000. Das waren so die Anfänge, eine ganz spannende Zeit, ich habe mir das dann selbst angeeignet. Aber das war, muss man sozusagen, das Auflegen und auch der Konsum von Musik, das war aber nicht die Produktion. Das ist dann deutlich später gekommen. Also das bestehende Musikstücke genommen, miteinander gemünzt und ähnliches. Genau, also man kann sagen, elektronische Musik ist immer meine Leidenschaft gewesen und auch bis heute geblieben. Das war dann so, dass ich durch das Studium, wenn man Jura studiert, hat man nicht so ganz viel Luft für andere Themen. Hat sich das dann eigentlich nachher eher auf das Auflegen auf privaten Partys beschränkt oder auf kleineren Feiern. Weil ich habe ja Jura studiert, nebenher als Journalist gearbeitet, dann noch bei der Bank gearbeitet am Anfang. Das wäre alles dann zu viel geworden und so ist das dann mit dem Auflegen irgendwann eingeschlafen. Und dann hatte das so einen Dornröselschlaf. Dann kam aber irgendwann Corona und dann sind die Dinge wieder erwacht. Und wie war da der Zusammenhang von früher Leidenschaft als DJ, aber dann auf einmal auch als Produzent? Warum kam dann auf einmal diese kreative Welle? Also wie gesagt, es kam ja dann die Corona-Zeit. Ich war ja zwischenzeitlich in Banken tätig gewesen, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und musste relativ viel reisen für Mandanten. Das war durch Corona dann auf einmal nicht mehr möglich. Er hatte plötzlich viel mehr Zeit als vorher. Und dann habe ich mal abends, ich glaube auf Facebook war das, gesehen, dass bekannte DJs wie Armin van Buren oder auch Paul van Dijk oder Thaler dort online aufgelegt haben, weil eben die Clubs damals geschlossen hatten. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich ja auch. Aber ich habe im Urheberrecht damals promoviert und bin dann sozusagen etwas sensibilisiert gewesen dafür, einfach online aufzulegen, fremde Musikstücke zu verwenden, sollte man besser nicht tun mit Blick auf die GEMA. Also habe ich mir gedacht, dann musst du halt selbst deine Tracks produzieren. Und dann habe ich angefangen, mich mit Tutorials weiterzubilden. Da gibt es ein paar ganz gute, also von Armada Music. Das ist ein niederländisches Label, die haben auch eine Akademie. Und dann habe ich mir einfach, kann man ja auch hier vorne sehen, so ein MIDI-Keyboard gekauft. Dann Ableton Live als Software. Andere nutzen Logic Pro, ist auch eine bekannte Software. Und dann habe ich mir noch ein paar Plug-ins besorgt, die dann passend dazukommen, die in die Software integriert werden. Ja, und dann habe ich mal losgelegt und habe dann die ersten Tracks, das war im Jahr 2020, produziert. Das war am Anfang natürlich relativ, sagen wir mal, übersichtlich. Aber irgendwann wurde das dann mehr. Und mittlerweile ist es so, dass die Tracks in über 90 Ländern gehört werden. Und ich habe jetzt im letzten Jahr bei dem Amsterdam Dance Event, das ist ein großes Branchen-Event, vor ein paar Wochen jetzt in Berlin beim Berlin Dance Music Event gewesen. Also bin mittlerweile in der Branche auch gut vernetzt. Lege auch zwischendurch auf. Nicht so viel, wie das die hauptamtlichen DJs machen. Aber ich war jetzt Anfang des Jahres auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos in einem Club und habe dort dann auflegen dürfen. Ich werde jetzt demnächst auf der Kronberger Burg bei einem Open-Air-Festival auflegen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Da freue ich mich schon drauf. Dann Musikwünsche hast du ja auch schon abgegeben. Die werden dann auf jeden Fall berücksichtigt. Ich dachte, du spielst keinen NSYNC. Psst. Das ist ja genießt von richtiger Musik. Das passt nicht zu meiner Personal Brand. Gibt es bestimmt als Techno-Version. Auf jeden Fall. Und ich finde, ich denke, du könntest sogar noch was rausholen, was sich richtig gut anhören würde. Dann komme ich vielleicht auch. Also kurz, um das auch aufzulösen. Ich habe zwar vorhin Bürogebäude gesagt. Wir sind de facto auch in einem Bürogebäude. Aber wir sind hier in einem großen, ich hätte gesagt normalerweise Meeting-Raum. Die Größe des Raums ist ein Meeting-Raum. Und es hat hier aber gleich ein größerer Tisch empfangen. Auf diesem Tisch steht eben das große Keyboard. Nebendran ein extrem großer Mixer. Mixer kann man sagen, ne? Ja, mit ganz vielen weißen Tasten. Rechts und links davon größere Lautsprecher. Und das Ganze gipfelt dann sozusagen in einem Bild, das mit einem Beamer an die Wand geworfen wird. Und da sehen wir eben die von hier, glaube ich, genannte Software, mit der du deine Musik zusammenbastelst. Genau. Produzierst. Besser. Das ist so. Produzierst hat sich besser. Ja. Also jetzt haben wir schon gesagt, du bist Anwalt. Du bist DJ der Silber produziert. Du bist Interim-Manager. Nebenbei, das haben wir noch gar nicht erwähnt, schreibst du auch Bücher. Hast einen Blog. Schlaf ist überschätzt, oder? Also wie kriegst du das hin? Und du bist noch auf LinkedIn aktiv, wir sollten mal über LinkedIn gleich sprechen. Aber wie machst du das alles? Also meinen Schlaf kriege ich schon, da achte ich drauf. Also Schlafhygiene ist mir sehr wichtig. Also meine sechs bis sieben Stunden kriege ich jedenfalls irgendwie hin. Ja, wenn du fragst, oder wenn ihr fragt, wie kriegt man das so hin? Vielleicht mal vorweg, mir persönlich ist es mir wichtig, unabhängig zu sein, auf der anderen Seite aber Fokus zu haben, auch wenn sich das jetzt merkwürdig anhört bei diesen vielen Themen, und Effizienz ist ganz wichtig. Davor steht man ja, erst mal, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht vor der Frage, was möchte man eigentlich und wofür lohnt es sich wirklich, Lebenszeit aufzuwenden? Mir persönlich ist es wichtig, Dinge zu tun, die Sinn machen, die aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht Sinn machen, und mit denen ich persönlich auch etwas bewegen kann. Biete ich es mir auch, ein vielfältiges Leben zu führen, unabhängig zu sein, das zu machen, was mir Spaß macht. Natürlich ist nicht alles vergnügungssteuerpflichtig, was man so tut, vor allen Dingen in der anwaltlichen Tätigkeit nicht, aber es sollte überwiegend Spaß machen und erfüllend sein. Wichtig ist auch, finde ich, wenn man etwas macht, wofür man morgens recht früh aufstehen kann und dann auch am Wochenende mal oder auch abends arbeiten kann und damit Zeit verbringen kann, ohne dass das als Belastung empfunden wird, sondern mehr als Bereicherung, dann ist es aus meiner Sicht das Richtige, dann sollte man das so tun. Das kann auch alles Mögliche sein, im Übrigen. Also für mich ist es hier Musik produzieren. Ich mache auch gerne Sport. Für andere mag das was anderes sein. Aber um Erfüllung im Leben zu finden, das ist eigentlich das große Stichwort, sollte man das tun, was einem Spaß macht. Und die Dinge, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen, mit Effizienz erledigen, sodass man mit hoher Qualität, aber eben doch in einer relativ komprimierten Zeit die Dinge erledigen kann. Das werde ich meinem Steuerberater auch demnächst nochmal erklären. Da kennt er was von. Ein wichtiger Punkt dabei ist auch, wenn ihr fragt, wie kriegt man es unter einen Hut, vor allen Dingen auch auf der musikalischen Seite, das Geld sollte nicht die Triebväter sein, sondern wenn man dann irgendwann mal damit finanziell erfolgreich ist und davon leben kann, ist das gut. Aber für mich ist es jetzt nicht wichtig. Mir geht es darum, mal die persönlichen Interessen voranzubringen und das auch in Einklang zu bringen mit den beruflichen Verpflichtungen, die man hat. Das wäre wahrscheinlich in einer Organisation, ob ich jetzt im Unternehmen oder in irgendeinem Verband wäre, so nicht möglich, wenn ich angestellt wäre oder fest dort wäre, dann ginge das so wahrscheinlich nicht. Ich könnte also nicht tagsüber mal spontan an einem Track arbeiten, wenn jetzt gerade mal etwas Suft ist. Und vielleicht würden auch die Kollegen sagen, der Teilsmann, der soll sich doch lieber auf sein Unternehmen oder seine Mandanten konzentrieren. Ich kenne das so ein bisschen aus meiner Zeit, als ich in der Bank war und auch aus dem Interimmanagement. Es ist halt so, wenn du fremdbestimmt bist und damit meine ich einerseits, dass du natürlich einfach in einem Ökosystem lebst und auch gewisse Abhängigkeiten bestehen und auf der anderen Seite dir von der Assistenz dann auch Calls und Meetings reingebucht werden in den Kalender, dann bist du fremdbestimmt und dann bleibt halt wenig Zeit für andere Dinge. Das ist bei mir persönlich anders. Ich kann das selbst entscheiden. Ich suche mir aus, wann und wo ich was mache, mit wem ich zusammenarbeite. Natürlich habe ich auch jeden Tag Termine und Videocalls und Telefonkonferenzen und muss auch zu bestimmten Zeitpunkten Dinge abliefern, aber ich bin halt zeitlich und räumlich unabhängig und da kann ich die Musikproduktion flexibel einbauen, wo und wann es gerade passt. Manchmal im Zug, manchmal in der Flughafenlounge, manchmal im Büro, also so, wie es gerade eben reinpasst. Und ich glaube, wenn ihr fragt, wie macht man das, wie bringt man das alles so unter einen Hut, das ist wahrscheinlich aus meiner Sicht eine Erklärung dafür. Das ist sehr spannend, weil ich glaube auch, dass gerade weil du sagst, du hast nicht diesen finanziellen Druck, kannst du eben dieses Hobby auch mit wenig Druck angehen oder so bist du es wahrscheinlich auch angegangen. Du hast wahrscheinlich nicht gestartet mit dem Ziel, oh, ich muss jetzt aber die und die KPIs erreichen, sondern einfach aus purer Leidenschaft. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man eigentlich schon das Finanzielle sozusagen einfach durch den Hauptjob sozusagen geregelt hat und dann einfach seinem Hobby wirklich Raum lassen kann, sich zu entfalten ohne diesen Druck. Genau, wobei sich das ja mittlerweile auch so entwickelt hat, dass das nicht nur ein Hobby ist wie Joggen oder Tennis spielen, sondern dafür ist effektiv Geld. Jetzt nicht so, dass man davon leben kann, aktuell noch nicht, aber es war gar nicht richtig. Mir geht es darum, wie gesagt, die Leidenschaften, die Talente zu verfolgen. Und vor allen Dingen anders als im Anwaltsjob, da geht es ja darum, sagen wir mal, seine Pflichten zu erfüllen. Da muss man sehr präzise sein, muss man bei Musik auch, aber da geht es eher darum, Mandanten zufriedenzustellen. Das ist auch gut und wichtig. Bei der Musik geht es darum, Menschen glücklich zu machen. Und das hat nochmal ein ganz anderes Gepräge, weil wenn man dann auf Arties auflegt und die eigene Musik spielt und sieht, wie die Leute abgehen, ist das, muss man sagen, schon richtig cool. Vielleicht auch nochmal zu der Frage, wie kriegt man es unter einen Hut? Fokus ist ganz wichtig. Jetzt klingt das ein bisschen merkwürdig, Fokus, weil ich mache verschiedene Dinge. Wenn ich was mache, egal ob das jetzt an einem Shepard Chase Agreement, also an einem Unternehmenskaufvertrag arbeiten angeht oder einen Vortrag vorzubereiten oder aber einen Track zu produzieren, dann mache ich genau nur das und denke halt an nichts anderes. Ich habe jetzt kürzlich auf LinkedIn, ihr habt das vielleicht auch gesehen, einen Post veröffentlicht, weil ich einen interessanten Artikel im Manager Magazin gelesen hatte. Da geht es um diesen Begriff absorbiert sein. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit vor dem Hintergrund der Arbeitsverdichtung, die man in vielen Unternehmen hat, sowohl für Manager als auch für andere Menschen im Unternehmen wichtig, dass sie sich komplett von der Arbeit mal abkoppeln und nicht an die Arbeit denken müssen. Das kann alles Mögliche sein. Ich persönlich kann, wenn ich Musik produziere, da kann ich am besten abschalten. Für andere ist es vielleicht, wenn sie ins Boot steigen und dann sich nur auf das Wasser konzentrieren müssen. Aber überhaupt nicht an Arbeit denken müssen, das schaffe ich auch beim Joggen nicht, weil dann denkt man plötzlich über irgendwelche Verträge und Klauseln nach. Da bin ich nicht distracted, wie der Britta sagen würde. Also ich kann völlig abschalten, wenn ich Musik produziere und dann denke ich auch an nichts anderes und mache auch nichts anderes parallel. Ihr könnt das auch nachher nochmal sehen. Wenn man so einen Track produziert, da sind teilweise 30, 40 Spuren, die man aufeinander abstimmen muss. Und da kannst du nicht noch währenddessen eine E-Mail bearbeiten oder daran denken, dass ich jetzt gleich noch eine Telefonkonferenz habe, sondern da wirst du nur darauf konzentriert, maximal Konzentration auf diesen einen Punkt. Da geht es um Millisekunden, wenn einzelne Töne verschoben werden oder auch verlängert werden. Das musst du dann ausprobieren. Also es ist immer iterativ, würde man im Business sagen. Es ist immer mal vor und zurück, gucken, passt das, harmoniert das mit den anderen Spuren und da ist Präzision extrem wichtig und deswegen kann man nicht an den Job denken. Und deswegen hilft mir das auch, mit Blick auf die anderen Dinge, die ich mache, einmal komplett zu resetten. Ich bin dann raus aus dem Anwaltlichen, aus den Finanzthemen, die ich da so mache und konzentriere mich nur auf die Musikproduktion. Das ist natürlich sehr praktisch wünschenswert. Nicht nur für Manager wäre auch diese Absorbiertheit oder vielleicht auch einfach Präsenz im Business zu haben. Man merkt ja immer wieder, wenn Menschen sehr stark abgelenkt sind und eigentlich nicht im Moment sind. Und das ist so schade, weil gerade unsere Kunden kommen ja auch zu uns und sagen, ja, Personal Branding wichtig und wie schaffe ich das denn? Und denken da ganz oft zu kurz, Personal Branding beginnt in dem Moment, wo man wirklich präsent ist. Weil dann, dann kommt das Charisma. Dann kommt das Fokus-Charisma. Die Menschen haben das Gefühl, okay, die Person ist wirklich nur hier und sonst nirgends anders. Aber abgelenkte Manager haben da leider schon sehr viel verloren, bevor sie überhaupt in den Raum kommen, wenn sie eben nicht diese Präsenz haben. Und vielleicht kann man diese Präsenz auch ein bisschen trainieren, wenn man eben diese absorbiertheit auch in anderen Bereichen trainiert. Aber ich stelle mir das tatsächlich gerade auch schwer vor, weil das du auch beschreibst, ist, dass du in so einen Flow-Zustand kommst, dass du bei einer Aufgabe so drin bist, dass du dein Gehirn quasi, die Synapsen wunderbar schnalzen und sprühen, aber du gleichzeitig auch gut konstruktiv vorankommst. Und das kann man ja schlecht auch programmieren und planen. Ich finde das ja toll, dass das bei dir anscheinend doch so ist, dass du auch sagst, ey, ich habe einen kleinen Timeslot, eine Stunde Zeit und dann kann ich, bam, jetzt Musik produzieren. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also Kreativität zu erzwingen, das funktioniert nicht. Also ich hatte ja auch schon mal gesagt, wenn ich Musik produziere, brauche ich eine Idee für eine Melodie. Und die kommt mir nicht am Schreibtisch. Das ist übrigens auch nochmal eine wichtige Erkenntnis für den Job. Die besten Ideen kommen nicht im Meeting. Ja, danke. Die kommen nicht am Schreibtisch. Die kommen bei anderen Gelegenheiten. Die kommen in den Workshops mit Schaffensgeist. Manchmal. Natürlich. Aber das ist, ich glaube, das ist auch für viele nachvollziehbar und auch nichts Neues. Manchen kommen beim Joggen die besten Ideen, manchen unter die Dusche. Mir kommen die Ideen für Melodien interessanterweise unter anderem beim Einkaufen, wenn ich im Supermarkt bin. Hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an. Warum kommt das? Weil du hast im Hintergrund, Hintergrundmelodie, irgendwas dudelt im Hintergrund. Oh ja, Supermarkt-Physik. Das triggert mich. Ich habe dann auf einmal irgendeine Melodie, die hat da nichts mit zu tun, mit der Melodie, die da gerade läuft. Aber mir kommt so eine Eingebung. Und Armin van Buuren hat das mal gesagt, das ist wie ein Geschenk. Also wenn man, Armin van Buuren ist ein bekannter, ein weltbekannter DJ und Produzent. Kenn sogar ich, ja. Der hat im Workshop mal, ich war letztes Jahr in Amsterdam mit ihm da zusammen. Wenn man sagt, das ist eine Eingebung. Und ich glaube, das ist auch im Job so, wenn man, man hat natürlich Routinen, wenn ich jetzt einen Unternehmenskaufvertrag mache, gibt es klare Standards, die müssen einmal durchgeturnt werden. Aber für die kreativen Aspekte eines Vertrags, da brauche ich Luft gedanklich. Und die kommt nicht, wenn ich mich jetzt irgendwo am Rechner befinde, sondern die kommt mir bei anderen Gelegenheiten. Und so ist es auch bei der Musik. Und ich glaube, das ist etwas, was für viele Menschen in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen wichtig ist. Ich möchte nochmal dieses Zitat hervorheben. Supermarktmusik ist ein Geschenk. Ich werde ab jetzt ganz anders einkaufen gehen. Lass dich rein. Danke dir. Genau, dass wir von der Inspiration beschenken. Marina, wie ist das bei dir? Wann kommen deine Ideen für deine LinkedIn-Post zum Beispiel? Am meisten beim Sport oder beim Spazierengehen. Also dann, wenn ich auch nicht am Schreibtisch sitze, definitiv. LinkedIn aufmachen und darauf warten, dass doch jetzt eine Eingebung kommt, funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Oder es kommt beim Workshop. Also Fragen der Kunden sind immer ein LinkedIn-Beitrag erklärt. Das ist auch ein guter Punkt. Also ich habe ja, ich werde von einer Agentur aus Köln betreut. Und da habe ich ein gutes Netzwerk mittlerweile aus knapp 60 verschiedenen Produzentinnen, Produzenten und DJs aus verschiedenen Ländern. Und wir treffen uns ab und zu. Und auch online. Und da kommen dann aus Kollaborationen, wenn man jetzt so ein Projekt macht, ein kleines Mini-Projekt macht, kommen interessante Anregungen. Da wird auch mal ein Best Practice ausgetauscht. Wie machst du das mit dem Mastering von einem Track beispielsweise? Oder wie kommst du zu Ideen, was die Melodie angeht? Ja, und da braucht man, also ich glaube, dadurch bekommt man, durch den Austausch mit anderen, bekommt man natürlich auch Ideen. Keine Frage. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, auch das nochmal unter dem Stichwort, wie man das alles unter einen Hut bekommt und wie man Kreativität mit Produktivität verbindet. Es ist am Ende Effizienz. Also vor allen Dingen braucht es dafür rationales Arbeiten, paralleles statt sequenzielles Arbeiten. Also das hört sich jetzt sehr technisch an, aber ich habe das schon damals in meiner Zeit in der Bank gesehen. Viele arbeiten nach und nach und arbeiten was ab und sagen, ja, ich konzentriere mich darauf und mache das erstmal alles komplett fertig und dann kümmere ich mich um das Nächste. Die Sache ist, wenn du verschiedene, wenn du wirklich viel Output generieren möchtest, natürlich mit Qualität, keine Frage, aber vor dem Hintergrund dessen, was ich eben sagte, dass die besten Ideen nicht kommen, wenn man am Schreibtisch sitzt, arbeite ich eigentlich eher parallel. Also in dem Sinne, dass ich nicht erstmal das eine komplett fertig mache und danach das andere, sondern ich treibe verschiedene Dinge parallel voran. Das kann ein Vertrag sein, das kann ein Vortrag sein, das kann zum Beispiel ein Artikel, ein Fachartikel sein oder eben auch verschiedene Tracks. Das gilt übrigens auch für große DJs, also wie Armin van Buren, der hat in einem Workshop letztes Jahr gesagt, der hat immer 30 bis 40 Tracks, die er parallel produziert. Da arbeitet er nicht jeden Tag dran, aber er arbeitet immer mal wieder dran und dann kommt wieder eine neue Idee. Und so ist es bei mir ähnlich. Ich treibe das so weit voran, das jeweilige Thema, wie ich es gerade schaffe oder wie es inhaltlich geht. Wenn eine Deadline da ist, dann weiß ich genau, ich muss in zwei Wochen abliefern. Im Projekt sowieso, also wenn du einen Unternehmenskauf hast, dann gibt es da klare Meilensteine und dann weißt du genau, wann ist die Deadline für das jeweilige Produkt. Und dann kommen meistens im weiteren Verlauf Ideen, neue Aspekte hinzu, die dann ergänzt werden, wenn das zeitlich reinpasst. So habe ich dann, wenn es ideal läuft, schon mal zu einem relativ frühen Zeitpunkt einen Großteil fertig, sagen wir mal so 60 bis 80 Prozent, je nachdem. Und wenn der Termin dann näher rückt, wenn er in Sichtweite kommt, dann arbeite ich intensiv am Feinschliff. Und dann kommen auch vielleicht noch ein paar kreative Dinge mit rein. Das habe ich mir in den letzten 20, 25 Jahren angeflöhnt, vor allen Dingen seit meiner Zeit als Forschungsassi. Weil da hast du, wenn der Chef sagt, ich will das jetzt haben, nicht viel Zeit. Da musst du innerhalb von kurzer Zeit abliefern. Das geht aber nur dann, wenn du im Vorfeld schon mal an den Dingen gearbeitet hast und die so weit vorantreibst, dass du eigentlich das letzte Fitzelchen nur noch fertig machen musst. Ich glaube, das ist auch unfassbar wichtig, weil man sagt ja immer, ja, bring die Dinge zu Ende. Aber bei kreativen Sachen ist das eigentlich nicht gut. Also ich merke das auch teilweise, ist es gut, manche Sachen einfach über Nacht ruhen zu lassen. Genau. Und auf einmal sortiert sich etwas im Kopf. Am nächsten Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus, warum man ja auch zum Beispiel sagt, es gibt einen Autor, der dieses schöne Sprichwort hat, write on coffee, edit on wine. Also das hat auch seinen Grund, dass man da auch Sachen einfach mal liegen lässt und zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Gemütszuständen dann vielleicht auch die Dinge dann zu Ende bringt. Wobei ja trotzdem auch Autoren wie Karl Newport sagen bei Deep Work, hey, schließe dich irgendwo ein und mach dein Ding in aller Tiefe und konzentriere dich eben nur auf das eine. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich kann das absolut abkaufen, was ihr beide gesagt habt, dass Inspiration, Intuition, das hat seine Zeit, das kann man auch nicht an- und ausknipsen. Auf der anderen Seite aber auch eben sich dann doch mal manchmal die Zeit zu nehmen, dass die Inspiration auch kommen kann, dass die Intuition arbeiten kann. Also auch wirklich mal Ruhe im Arbeitsalltag, wissend, dass ich sonst keine guten Ideen habe, auch keine kreative Arbeit machen kann. Genau so ist das. Also ich glaube, aber es hängt sehr davon ab, wie im Einzelfall der Arbeitsalltag zugeschnitten ist. Manche können ja gar nicht diese Art, was ich jetzt gerade beschrieben habe, in ihren Arbeitsalltag integrieren. Das geht einfach nicht, weil Dinge abgearbeitet werden müssen. Und wenn du in meinem Top-Management bist und Back-to-Back-Meetings hast, alle 30 Minuten neuen Termin, da bleibt nicht mehr viel für, ich baue mal zwischendurch was ein. Das geht einfach nicht. Ich glaube aber auch für Geschäftsführer und Forschung, ich berate viele und bin ja auch selber Geschäftsführer und im Interimmanagement, kann ja nur aus eigenem Erleben sagen, man muss sich oder sollte sich seine Inseln, seine Zeitinseln suchen, um dann über Themen, die von grundlegender Bedeutung sind, nachzudenken, aber auch dann produktiv daran zu arbeiten, sich auch mal zurückzuziehen und in Ruhe an diesen Dingen zu arbeiten, mit Ruhe und mit etwas Muße. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, auch im Arbeitsalltag, gerade im Top-Management macht das jede Menge Sinn, sich zwischendurch mal ein bisschen rauszunehmen und zu gucken, welche Themen sind jetzt wichtig, was kann ich auch aus eigenem Antrieb vorantreiben und sich wirklich Zeit zu nehmen. Vielleicht auch noch ein paar Punkte, was jetzt natürlich hilft aktuell, ist, dass durch Automatisierung und künstliche Intelligenz es ein bisschen einfacher geworden ist. Also ich verwende das zum Beispiel in der anwaltlichen Tätigkeit dahingehend, dass Texte, es gibt ja mittlerweile Software dafür, dass man Vertragstexte automatisieren kann. Man kann in Word, ohne dass man da irgendwie auf Open AI gehen muss oder seine Umgebung verlassen muss, kann man Texte auf Englisch dann übersetzen mit einer guten Qualität, muss man halt mal noch ein bisschen hinterherwischen hinterher. Aber trotzdem, man kann anders als früher viele Dinge, die einfach nur Zeit gekostet haben, mit Hilfe von Automatisierung und AI, deutlich effizienter erdienen. Und das ist auch das, was ich eben sagte, Effizienz, Fokus und natürlich mit hohem Qualitätsanspruch an den Dingen zu arbeiten. Wenn man das in Summe so macht, funktioniert das in der Regel ganz gut. Kenne deine Werkzeuge. Genau. Kommen wir mal zu dem Thema LinkedIn und Image. Gerade im Boardroom, gerade auf Geschäftsführerebene, hören wir immer wieder von unseren Kunden, naja, also das Private, was ich mache, möchte ich da ehrlicherweise nicht unbedingt in das Berufliche einfließen lassen, jetzt verschwimmt das bei dir ja ziemlich. Und wie gehst du damit um, beziehungsweise ich sehe ja auf LinkedIn, du postest über beides, was ich sehr cool finde. Wie kommt das denn an bei deiner Zielgruppe? Weil natürlich gerade im Bereich Wirtschaftsrecht wollen die Leute vielleicht auch jemanden haben, der sehr, sehr akkurat, sehr genau ist. Und da passt erst mal der Produzent und DJ vielleicht nicht so in das klassische Bild. Wie reagieren denn deine Mandanten auf deine Tätigkeit? Ich sage es mal so, meine Mandanten finden, nach dem, was ich so höre, ist es cool. Wer es vielleicht nicht cool findet, der ist auch dann nicht mein Mandant oder wird auch nicht mein Mandant, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ich bin fest davon überzeugt, dass man das, was man nicht nur beruflich, sondern auch vor allem mit Blick auf seine Leidenschaften, Talente vorantreiben möchte, dass man das auch nach außen bringt. Weil anders als vielleicht man von außen denken mag, ist das Produzieren von Musik ein hochkomplexer Prozess, der viel Präzision erfordert, der Struktur erfordert. Vielleicht nur ein Hinweis, der Armin van Buren, den ich eben schon mal erwähnte, ist eigentlich Steueranwalt. Nein. Der ist Steueranwalt. Nein. Also haben sich zwei Anwaltskollegen in Amsterdam letztes Jahr getroffen. Witzig. Über den Gesprächen wäre ich gerne ein Mäuschen gewesen. Ich kann euch sagen, in dem Workshop, es war beeindruckend, aber für mich auch nicht ganz überraschend. Der geht mit einer Struktur vor oder Strukturiertheit vor, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Ich glaube, viele Fans, die ihn dann sehen, wie er auf der Bühne rumspringt und Musik auflegt, würden das so gar nicht erwarten von ihm. Wie er dann sagt, wenn ich einen Track produziere, dann habe ich davon Version 1 bis Version 35. Wenn ich bei Version 35 merke, dass das vielleicht nicht so ganz so doll anhört, dann springe ich wieder auf 34 zurück und dann passe ich Dinge an. Da werden die gerendert und dann lege ich die ab in meine Dropbox. Und dann geht er in seinen, hat er dann demonstriert in dem Workshop, dann geht er in den Track rein, hat seine 40 bis 50 Spuren, die aufeinander abgestimmt sind und dann braucht er wirklich Arbeit am Detail. Er geht dann in die einzelnen Spuren rein, verkürzt Töne, verlängert sie, verschiebt sie. Wenn man jetzt zu dem kommt, was du sagtest, Marina, man könnte ja denken, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch, ist das vielleicht seriös. Aus meiner Sicht ist das hochseriös, weil das, was man dort tun muss, erfordert eine solche Präzision, wie es typischerweise auch Steuerberater und Wirtschaftsanwälte in ihrem Job beherrschen und anwenden müssen. Mir ist, das kommt noch hinzu, persönlich, weil ich bin ja selbstständiger, wichtig, dass man immer auch die persönliche Note reinbringt. Also einmal diesen Punkt Präzision und Arbeiten am Detail, aber auch authentisch stand zu bleiben und das, was man mag, was den eigenen Talenten anspricht, dass man das auch nach draußen verkörpert. Dass man das am Ende zum Beispiel auf LinkedIn den Menschen kommuniziert. Das mit der Präzision und den Gemeinsamkeiten zwischen Musikproduktion und steuerlicher Beratung, kaufe ich die sofort ab, aber das weiß ich ja von außen nicht. Wenn ich mich für ein Thema nicht beschäftige, also nur der Fakt, dass jemand DJ ist, weiß ich ja nicht, oh, das ist aber ein präziser Mensch, der hat ein Auge für das Detail. Da muss ich ja drüber nachdenken, bevor ich da hinkomme. Aber was ich sofort auch abkaufe, ist das Argument, das du gebracht hast mit der quasi Vorabqualifizierung. Also, dass deine Personal Brand eigentlich auch gleichzeitig deine Kunden anlockt oder vorqualifiziert. Und das heißt, manche Menschen, die dich dann eben auch mit deinen persönlichen Aspekten nicht mögen, die sind halt nicht deine Klärung, die anderen, aber dafür viel schneller. Genau. Und Marina, wir erleben das ja auch immer wieder mal, dass auch die Kunden, mit denen wir sehr schnell und sehr gut zusammenarbeiten, zum Beispiel mal den Podcast gehört haben. Und unsere komische Art von Humor bilden. Ja, wir bilden es uns nicht immer ein. Ich glaube, um es nochmal zu unterstreichen, es ist wichtig, authentisch zu sein, echt zu sein und dafür seine Talente, seine Leidenschaft, die man hat, auch zu kommunizieren, damit die anderen wissen, mit wem man es zu tun hat. Weil ich glaube, es wird gerade im Wirtschaftsleben sehr viel mit Schubladendenken gearbeitet. Das ist der Steuerberater, das ist der Wirtschaftsprüfer, das ist der Anwalt. Aber du kannst ja heutzutage alles mit allem kombinieren. Ich weiß, dass viele Anwaltskollegen das anders sehen. Die sagen, ich bin nur Experte für das eine Thema. Es ist wichtig, Expertise zu haben, keine Frage. Ich habe auch meine fachliche Expertise. Ich befasse mich vor allen Dingen mit den Rechtsfragen, was Geschäftsführung und Vorstand angeht, was deren Pflichten angeht. Ich kenne mich, glaube ich, auch ganz gut mit Restrukturierung und Krisenbewältigung aus. Aber es ist wichtig, daneben auch etwas zu haben, was mit dem Fachlichen nichts zu tun hat. Und ich glaube, wenn man da auch auf LinkedIn in die Kommunikation geht und auch die Brücke schlägt zwischen den beiden Welten, das mache ich, habt ihr vielleicht gesehen, auch bei dem einen oder anderen Post, dass dann beispielsweise, wenn ich, ich war beim Berlin Dance Music Event, wie gesagt, vor ein paar Wochen, was ich da an Erkenntnissen mitnehme, aus der Branche, lässt sich auch analog übertragen auf andere Branchen. Gerade Data Analytics spielen in der Musikbranche eine große Rolle. Du kannst mittlerweile wirklich auf Ebene eines einzelnen Tracks nachvollziehen, welche Menschen aus welchen Ländern, aus welchen Städten, welche Altersgruppe, welches Geschlecht hören diesen Track und haben ihn auch mehrfach gehört. Das kann man auch analog auf Produkte und Serviceleistungen übertragen. Das andere ist, künstliche Intelligenz spielt mittlerweile in der Musik eine große Rolle. Also Produktion von Vocals beispielsweise, also von Gesang, funktioniert mit künstlicher Intelligenz immer mehr. Das kann man auch natürlich auf andere Bereiche der Wirtschaft übertragen. Und am Ende ist, das haben auch die Labels, die da in Berlin in den Workshops waren, nochmal deutlich gemacht. Aber letztendlich ist ein Musikunternehmen, ein Wirtschaftsunternehmen und muss Geld verdienen. Ja. Und bei all dem, was man jetzt an kreativen Dingen hat und Emotionen, die da reingebracht werden, am Ende geht es darum, Geld zu verdienen. Zwei Dinge dazu aus dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen, ja, wenn man nicht nur eine Funktion hat und nicht nur Anwalt ist oder nur Verkäufer oder Experte da und dafür, sondern auch noch Motorradfahrer oder Schlagzeuger oder Triathlet, ja, auf jeden Fall gerne. Denn du bist auch ganz anders im Kopf deiner möglichen Kunden, weil du eben, wie du es anders jetzt authentisch genannt, dreidimensionaler, weil du echter bist. Und weil du merkwürdig bist. Also im besten Sinne merkwürdig. Das ist auch sehr gut. Und das ist ja genau das, worauf wir auch immer achten im Personal Branding, dass wir eben die Menschen fragen, okay, was ist es, was wir bei dir noch sehen? Also bitte nicht nur das Standard, was die Leute eh schon kennen. Du bist viel, viel mehr als deine Rolle. Aber vielleicht noch eine kurze Einschätzung von dir. Warum fällt das so vielen Menschen schwer, denkst du? Du hast ja gerade auch den internationalen Vergleich. Ich erlebe es hier in Deutschland, dass es sehr vielen Vorständen einfach immer noch sehr, sehr schwer fällt, da nicht nur ihre Rolle auszufüllen. Natürlich, da hängt sehr viel dran, teilweise Aktienkurs und so weiter. Das heißt, sie sind per se schon mal sehr vorsichtig. Natürlich, das ist klar. Aber geht da nicht noch ein bisschen mehr? Und warum ist da so viel Zurückhaltung aus deiner Sicht? Vielleicht mal vorab noch einen Punkt. Also ich kenne Vorstände, die in einer Band Schlagzeug spielen oder auch Klarinette spielen im Orchester und das auch auf LinkedIn kommunizieren. Ich kenne auch einen Unternehmensberater, der virtuos Pianist ist und das auch auf LinkedIn regelmäßig postet. Also das gibt es auf jeden Fall. Aber, wie du sagst, Marina, das kommt nicht so oft vor. Und warum kommt das nicht so oft vor? Weil vielleicht eine gewisse Scheu, Zurückhaltung besteht, persönliche Dinge auf LinkedIn zu posten, in der Öffentlichkeit kundzutun, weil man vielleicht meint, dass das von Kollegen komisch beäugt wird, dass das von Mitarbeitern komisch beäugt wird. Und vielleicht zeigt der andere, denkt er sich, er oder sie, vielleicht damit auch eine Schwäche. Aber aus meiner Sicht ist es ganz im Gegenteil eine Stärke. Ja. Weil wenn ich etwas besonders gut kann, Musik produzieren, Musik oder auch malen, was auch immer, kann ja alles Mögliche sein, dann kann ich das ja auch durchaus mal kommunizieren. Muss ja nicht jede Woche sein. Aber, dass man hin und wieder einfach mal so einen bunten Punkt setzt auf LinkedIn und damit, wie du sagst, sich abhebt. Ja. Voraussetzung ist natürlich, dass man exzellent ist in seinem Hauptjob. Genau. Aber darüber hinaus, wenn man das dann noch akzeptieren kann mit weiteren Aspekten, die man sehr gut kann, also ist eigentlich nur ein Gewinn. Ich glaube aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass wenn man jetzt angestellt ist, auch im Management, man nicht unbedingt Werbung für sich braucht, für sich persönlich. Andererseits muss man sagen, erst mal, man muss ja nicht nur an die aktuelle Position denken, sondern auch vielleicht an die nächsten Jahre, kann man sich vielleicht dann dadurch auch ein Stück weit abheben. Aber Personal suchst du ja auch. Genau. Und die Verweildauer von Vorständen ist ja mittlerweile geschrumpst auf vier Jahre. So ist es. Aber es kommt, das hast du gerade angesprochen, Thomas, noch ein wichtiger Punkt dazu. Ich habe das selber in meinem Interim-Management erlebt, bei einem Unternehmen, wo der Altersdurchschnitt bei 32 Jahren war. Als ich das mit dem Musikproduzieren und dem DJ, mit dem Auflegen mal gebracht habe, da gab es am Anfang so einen Funfact, den musste ich dann bringen. Was machst du denn eigentlich so noch neben deinen beruflichen Themen? Das hat, wie der Britte sagen würde, that cracked the ice. Also weil da hatten die, hatte das Team sofort, merkte das an den Reaktionen, eine größere Offenheit, was meine Person angeht. Vorher war ich der Anwalt und Restrukturierer aus Frankfurt. Auf einmal hatte ich da eben auch diesen Punkt mit der Musik dabei, mit der elektronischen Musik. und ich wurde anders aufgenommen. Und ich glaube, dass Geschäftsführer und Forschende gut daran tun, das, was sie an Dingen neben der Arbeit machen und wenn sie darüber sprechen wollen und können und wenn das dann auch passt, zu kommunizieren und damit vielleicht auch die Barrieren abzubauen, die oftmals gegenüber Mitarbeitern bestehen. Ich möchte euch beiden nochmal eine Frage stellen. Und zwar zum Thema Brückenschlagen. Du hast gerade schon gesagt, das ist schön, über die Brücke schlagen zu können zwischen zum Beispiel der Musikproduktion und dem eigentlichen Job. Und ich erinnere mich an das Gespräch mit Uwe von Karfenstein, der auch gesagt hat, die Beiträge gehen auch immer total durch die Decke, wenn ich das mache. Aber auf der anderen Seite gibt es solche Extrembeispiele, wie wir es neulich erlebt haben, was ich übersetzt, was ich von meinem Heiratsantrag über B2B-Sales gelernt habe, weil das ganze Internet sich mal lächerlich gemacht hat und gesagt hat, ja genau das ist falsch mit LinkedIn. Wo seht ihr das? Wo ist da die Grenze? Wie weit kann ich das übertragen, das Persönliche und dann das Geschäftliche miteinander zu verbinden? Wo sind die Grenzen? Also nach dem eigenen Erleben sollte man, da gibt es unterschiedliche Meinungen natürlich, aber ich persönlich ist es so, ich würde nichts über familiäre Dinge posten. Ich würde, außer, interessant ist, ich glaube, der am meisten Views und Klicks erreicht hat, der Post, das war zum Monat, zum Geburtstag meiner Großmutter. Wie war die Verbindung da mit Steuerrecht? Da gab es nur Marginalverbindungen. Da ging es ums Erbe. Da war ein Punkt, sie hat immer gesagt, ein so langes Leben schaffst du dann, weil es immer Ups und Downs gibt, wenn du immer wieder aufstehst. Und das habe ich auch in den Post reingebracht, das ist wichtig, weil auch da muss man ein bisschen die Brücke schlagen, was ist denn so die Quintessenz aus einem langen Leben? Und das war immer wieder aufstehen. Und kann man, glaube ich, in jeder beruflichen Lage auch gebrauchen. Aber um noch darauf zurückzukommen, ich glaube, familiäre Dinge würde ich nicht posten. Ich würde auch Dinge, die vielleicht nicht wirklich, überhaupt keinen geschäftlichen Fokus haben oder keine geschäftlichen Verbindungen haben, die würde ich auch nicht posten. Weil wir sind immer noch bei LinkedIn, das ist ein Berufsnetzwerk. Es geht darum, Erfahrungen zu teilen. Und wenn das mit Business überhaupt gar nichts zu tun hat, ziehe ich das eher als schwierig an. Ja, würde ich absolut zustimmen und noch zwei Aspekte dazu. Das eine ist, wenn du mal etwas Persönliches, nicht privat, aber Persönliches teilen möchtest, dann mach das doch. Das ist doch in Ordnung. Ich sehe immer wieder diese Posts mit, ja, ich werde oft gefragt, ja, nichts wurdest du gefragt. Oder maximal von einer Person. Mein Gott, wenn du mal über zum Beispiel die Learnings deiner Großmutter sprechen möchtest, die 100 Jahre alt geworden ist und welche, und was kann man daraus ableiten für sich? Das ist super. Dafür brauchst du keinerlei Legitimation, um das zu tun. Also ich habe zum Beispiel auch einen Post gemacht zu meiner Homeoffice-Ausstattung, warum ich ein Laufband unter meinem Schreibtisch habe, warum das wichtig ist für mich. Sowas zu teilen, weil das eben auch im Business-Kontext relevant ist, völlig fein. Das ist das eine. Also such da nicht nach einer künstlichen Verbindung zum Business. Das könnte sehr schnell sehr albern wirken. Und das Zweite ist, ist auch einfach die Menge. Also was möchte man auf LinkedIn erreichen? Wenn man da vor allem Akquise machen möchte, Business machen möchte, dann sorgt dafür, dass 70, 80 Prozent deines Contents eben wirklich zu dem Thema ist, was deine Kunden interessiert und 20 Prozent nimmt dir diese Kreativität raus und macht nur mal das, was Spaß macht, weil ich meine, idealerweise funktioniert LinkedIn dann, wenn du auch langfristig dabei bleibst. Wenn diese 20 Prozent dafür sorgen, dass du Spaß hast und dadurch auch langfristig dabei bist, wunderbar. Und dann eben dadurch auch nochmal merkwürdiger bist. Sehr, sehr gute Punkte, gerade so mit dem Spaß haben. Das darf man nicht vernachlässigen. Deswegen auch nicht nur Fokus nur auf ein Thema, sondern gerne auch sowas nochmal dämen. Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Essenz von euch beiden zu extrahieren. Und ich glaube, man kann dann etwas aus seinem persönlichen, nicht privaten, persönlichen Alltag nutzen, verwenden, wenn man etwas teilen möchte, was andere Leute inspirieren kann. Genau. Was sie, womit sie etwas lernen. Du sagst das hier, der Rat deiner Großmutter, die Homeoffice-Ausstattung, Inspiration dazu. Also ich glaube, ja, egal worum es geht, wenn du etwas teilen kannst, was andere Leute interessiert, dann kann man das tun. Es gibt, ich habe ja früher auch im Journalismus gearbeitet, da hat der Chefredakteur immer gesagt, Menschen interessieren sich für Menschen. Und das ist aus meiner Sicht auf LinkedIn auch ein ganz entscheidender Punkt. Warum haben gerade Posts, so einen, wie du den beschrieben hast, als auf dem Laufband, so viel Zuspruch? Ja, weil es eben viele Menschen interessiert. Wie bewege ich mich denn? Wie baue ich Sport in meinen Arbeitsalltag ein? Und so ein bisschen durch das Schlüsselloch gucken, sehen, wie es andere machen, wie andere erfolgreich sind mit bestimmten Dingen, was so Best Practice ist. Ich glaube, das ist gut, wenn man das auf LinkedIn beherzigt. Andererseits gebe ich dir vollkommen recht, Thomas, man sollte es versuchen zu kombinieren mit dem Geschäftlichen und die Quintessensen, die man aus einem bestimmten Privaten oder aus irgendeiner Leidenschaft für sich zieht, zu übertragen auf das Berufliche. Nicht immer geht das. Wenn es nicht geht, würde ich es lassen, weil das, wie du sagst, eher dann lächerlich. Aber wenn es interessante Parallelen gibt, dann ist das eher ein Eye-Opener. Vielleicht zum Abschluss dieser doch schon langen, aber spannenden Folge. Wir sagen ja immer, es gibt nicht zu lang, sondern nur zu langweilig und in dem Feld sind wir definitiv nicht unterwegs, aus meiner Sicht. Genau, wenn du das auch hörst, war es nicht zu langweilig. Du bist sehr gut auf LinkedIn unterwegs und auch das ist natürlich etwas, was Zeit kostet. Wie vereinbarst du das? Denn hast du da eine gewisse LinkedIn-Routine und, ich weiß, man sollte nicht zwei Fragen in einer kombinieren, aber Anschlussfrage vielleicht dazu, was sind deine Learnings? Also wenn jetzt Leute hier zuhören und das setze ich mal voraus, die auf LinkedIn erfolgreich sein wollen, was sind deine Tipps? Was kannst du ihnen mitgeben? Was funktioniert gut? Was sollten sie vielleicht öfter machen? Auch da ist Struktur wichtig. Ich habe für jeden Monat vorab einen groben Redaktionsplan für LinkedIn, aber auch für Instagram. Dieser Plan ist auf meine Termine als Board-Advisor beziehungsweise Anwalt und DJ beziehungsweise Producer abgestimmt und damit besetze ich auch meine Fokusthemen. Fokusthemen sind bei mir im Rechtlichen vor allen Dingen, wie gesagt, Managerberatung und Restrukturierung und in der Regel poste ich dienstags und donnerstags, entweder morgens oder am frühen Abend, mittlerweile gerne auch sonntags, zwar am Vormittag, weil da haben dann viele Menschen mehr Zeit und Muße. Ich merke das auch an den Reaktionen. Unter der Woche grundsätzlich Business-Themen, am Wochenende eher kreative Themen, wie jetzt auch kürzlich das mit dem Absorbiertsein oder auch Dinge, was meine Musik angeht, mit denen ich dann aber immer einen Bezug zum Business herstelle. Und wenn mir dann zwischendurch nochmal ein spannender Gedanke kommt, dann bin ich da auch noch genug flexibel und baue das dann in diesen Redaktionsplanen auch ein. Vielleicht auch zu der Frage, was bringt mir LinkedIn, was sind die Learnings? Für mich ist LinkedIn, ich bin selbstständiger, ist trotzdem kein Akquisekanal, über den ich unmittelbar Mandate generiere. Also gerade bei meiner Zielgruppe, bei geschäftsfahrenden Vorständen und auch Aufsichtsräten, ich bin ja auch Teil dieser Zielgruppe als Interim-Manager, ist es so, dass die einen Berater wollen, mit dem sie vertraulich und vertrauensvoll zusammenarbeiten können und die Mandatsgewinnung, die funktioniert deshalb zumindest bei mir immer noch offline, indem ich zum Beispiel am Rande von Vorträgen oder von Workshops Einzelgespräche führe und daraus ergibt sich dann häufig dann ein Mandat oder es kommt dann auf Empfehlung. Aber ergeben sich die Vorträge vielleicht auch überlegt? Selten, selten. Also es ist eigentlich eher so, ich habe vor knapp 15 Jahren die Bordakademie mitgegründet, das ist eine Plattform einer Initiative für Fortbildung von Beiräten und Aufsichtsräten. Da kommt man sehr viel mit amtierenden, geschäftsführenden Vorständen zusammen, die zugleich dann auch in den Aufsichtsrat gehen oder im Aufsichtsrat sind und darüber kommt man häufig ins Gespräch. LinkedIn hilft mir aber, Themen zu besitzen und das sind, wie ich eben schon sagte, die Punkte, vor allem Managerrecht, Corporate Finance, Restrukturierung. Ich kann vor allen Dingen über LinkedIn auch mit Menschen in Kontakt bleiben, die ich irgendwann mal gesehen habe, bin dann virtuell weiterhin mit denen Verbindungen und die sehen, was ich mache und manchmal ist es so, das hatte ich mal bei einem Vortrag über Hongkong, da habe ich mit einem Anwalt, der zugleich auch bei einem großen Unternehmen arbeitet, haben wir was über Business Opportunities in Hongkong gemacht, ein Webinar und daraus hat sich dann nachher ein Kontakt ergeben, der dann wiederum zu einem Mandat geführt hat. Das kommt aber nicht so häufig vor. Es hilft letztendlich, wie gesagt, weiterhin in Kontakt zu bleiben und dann auch so ein kommunikatives Grundrauschen zu haben, aber wie gesagt, es braucht zuvor immer diesen persönlichen Kontakt. Vielleicht auch nochmal Wenn ich das ergänzen darf, aber auch, es kann auch manchmal sein, dass gerade auch LinkedIn gut dafür da ist, die Zeit zum persönlichen Kontakt zu überbrücken oder auch vorzubereiten. Also ich bin bei dir, persönliches Treffen immer wichtiger als alles, was du online machen kannst, aber auch um im Kopf zu bleiben bei deinen potenziellen Kunden, um, wie du sagst, Themen zu besetzen. Und dieses kommunikative Grundrauschen finde ich einen super Ausdruck dafür, sehr, sehr hilfreich. Dafür brauchst du diesen roten Faden und es geht ja um einen gewissen Wiedererkennungseffekt und das kriegst du nur hin, wenn du dir vorab zumindest mal einen groben Plan machst, was will ich eigentlich im nächsten Monat an Themen auf LinkedIn posten. Weil wenn du das irgendwie mal spontan raushaust, hat das keine Struktur oder jedenfalls zur hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwie unsortiert daherkommt. Gut ist es, wenn man sagt, das sind meine Fokusthemen, was sind meine Termine und dass man dann, und zwar wirklich, um auch Regelmäßigkeit sicherzustellen, anhand von konkreten Tagen sagt, dieses Thema oder zu diesen Terminen, zu diesem Workshop, zu diesem Seminar, was auch immer, zu der Veranstaltung setze ich jetzt meinen Post ab und dann bringe ich auch ein paar Dinge rein, die ich da gelernt habe. Weil das ist das, was LinkedIn ja auch fördert, dass Erkenntnisse geteilt werden und letztendlich die Community sich gegenseitig ausschlaut. Ich erinnere mich da an unser Gespräch mit Svante Almas, auch eine sehr, sehr schöne Folge, die, glaube ich, komplett im Gegenteil erzählt, was du gerade gesagt hast, dass die deutlich mehr aus dem Bauch heraus und ihre Intuition folgend auch postet, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ja, und ich glaube, der gemeinsame rote Faden ist da, eben wirklich seine Kernthemen zu kennen. Also zu wissen, was sind die zwei bis drei übergeordneten Themen, für die ich stehen möchte und dann, ja, kannst du, je nach persönlicher Präferenz eben sagen, entweder ich bereite wirklich über auch mal Wochen etwas vor oder du machst es dann vielleicht spontan, aber auch diese spontanen Ideen passen eben zu deinen Kernthemen und ich glaube, dann ist es einfach eine Präferenz, je nachdem, wie du arbeitest und wie du das aufziehen möchtest, aber offensichtlich funktionieren ja beide Welten. Genau. Es kommt auch an den Punkt dazu, wenn ich diese Struktur nicht hätte, dann hätte ich auch die Gefahr, dass ich möglicherweise gar nicht mehr weiß, was ich vor drei Monaten gepostet habe und dann wiederhole ich mich irgendwann. Also im schlimmsten Fall habe ich jetzt irgendwie drei Posts innerhalb von einem Vierteljahr zu dem gleichen Thema. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Kann aber auch funktionieren. Man kann ja auch Beiträge, gerade wenn sie gut gelaufen sind, kann man mal wiederholen. Vielleicht das mit deiner Oma nicht, da wäre ich vorsichtig, aber andere, die Themen zu nehmen und darauf noch mal eine andere Perspektive zulegen, das kann man schon mal machen. Ja, sollte nur nicht die selbe Perspektive sein. Ja, Content Recycling, aber done right. Genau. Nicht mit denselben Emojis. Nicht mit dem gleichen Bild vor allem. Die Bilder bleiben ja viel länger im Kopf als die Texte. Das stimmt, aber da kann man aus einem Bilderpost zum Beispiel auch mal ein Video machen oder aus einem Video ein Karussell oder aus einem Karussell einen Text. Oder demnächst dann auch einfach mal als Soundaufnahme. Videos funktionieren übrigens super. Also meine Erfahrung ist, ich habe, weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, mit dem Buch, was ich Anfang des Jahres rausgegeben habe, Managerrecht, habe ich virtuelle Autorenlesungen gemacht. Da habe ich mich einfach vor die Kamera gesetzt und aus dem jeweiligen Kapitel vorgelesen. Wie in so einem Buch. Genau. Und das klappt. Also ich hatte mehrere tausend Views drauf, Dutzende von Likes in der Regel. Das funktioniert wunderbar. Also kann ich nur empfehlen. Wie lange waren die Videos? Ungefähr drei bis vier Minuten. Wow. Also einen Tacken länger, als man so allgemein empfiehlt für LinkedIn, aber das ist okay. Also du hast eine spannende Stelle rausgesucht, hast die dann vorgelesen. So ist es. Das finde ich aber auch, also kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja wirklich Wertvermittlung für deine Kernzielgruppe. Wenn ich jetzt Manager bin und mich das Thema interessiert, natürlich investiere ich da drei, vier Minuten. Also das ist super. Sehr schön. Und mit dieser schönen Anekdote an dieser, ich wollte schon sagen Märchenstunde, aber in dem Fall die Vorleserunde, kommen wir auch langsam mal zum Ende. Würde ich sagen, die Platte ist voll, die Kassette muss jetzt umgedreht werden. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für deine Zeitführende Insights total spannend, wie du diese beiden Welten miteinander kombinierst. Vielen Dank auch an euch beide und den einen oder anderen Track können wir uns da gleich noch an. Sehr, sehr gerne. Vielleicht machen wir das als Abbinder statt unserem normalen Soundtrack. Nur wenn wir dürfen. Sehr gerne. Sehr schön. Kein Problem. Also, vielen Dank an euch beide und alles gut. Dankeschön. Stay tuned. Unbedingt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war unser Gespräch mit Dr. Rüdiger Teiselmann, aka Clemens van Lai. Wir haben darüber gesprochen, wie man die persönliche und die berufliche Welt miteinander kombiniert. Und zwar sowohl was die Kreation angeht, wie ich eben beides sehr, sehr gut auf die Rampe kriege und miteinander vereinbaren kann. Aber eben auch, wie kann ich denn beides kommunizieren und eben auch hier meinen roten Faden auf LinkedIn nicht verlieren. Superspannendes Gespräch. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter, teile es mit deinen Freunden, Familien und Kollegen und vor allen Dingen lass uns ein Abo und idealerweise auch eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit würdest du uns wirklich sehr, sehr helfen. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann behalte es am besten für dich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Adios. Bis zum nächsten Mal.